so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge ls 22 farming simulator so und ich wollte jetzt mal einen hof aufbauen auf dieser karte hier und bevor ich die ausspreche zeige ich die in ersten video wie die heißt und aussieht nicht dass der entwickler sagt du quatsch meine korte falsch aus wie dann lieber zeige ich euch was wir machen und ja gut dann stoppen wir mal jetzt nächste leute wir haben nicht so nix ja nix ja nix was eigentlich ganz was ganz cool ist so würde ich sagen mal wo bin ich mir jetzt gut bin ich ach ja gehen wir mal auf land kaufen das kaufen ja das kann man kaufen ich würde sagen wir kaufen das land und da oben ist der händler wir kaufen das land und das land genau auch so dass man die sachen kaufen eventuell vielleicht mal die felder hier hier ist schon fällt dazu auch das noch also wie gesagt geld spielt jetzt erstmal keine rolle ich will mit euch einen schönen hof aufbaut vielleicht habt ihr auch eine idee wie man den hof noch besser aufbauen kann wir können das ja zusammen machen wie gesagt geld spielt keine rolle so haben wir das jetzt gekauft aber das jetzt alles so über die sachen würde ich sagen wir fangen mal an die felder zu bestücken warte mal moment ich will mal f9 f9 so dass man sehen wo wir sind so fällt 36 gehört und schon da gehen wir mal zu feld 36 vielleicht ist da schon was drauf nur hat hier das wasser da ist doch auch was drauf da haben wir im wachstum weiß gut dann gucken wir uns die anderen felder an gleich mal fällt 37 laufen wir mal durch vielleicht sind sie nicht alle bestellt man weiß es nicht im rumlaufen wir eigentlich ja durch die ströppe durch meister ist auch bestellt was aber hier so was wir brauchen wir brauchen wir können wir uns eigentlich gleich war ein gruppe besuchen also hier fällt 37 brauchen wir jetzt erst mal keine hörte wir aber die sachen wo wir uns wollen träger so gefangen natürlich wie gesagt geld spielt auch keine rolle wir wollen den hof aufbauen und in den weiteren folgen oder es gibt ein neues let's play wo ich dann normal anfangen also ohne ja ohne geld suchen mit geld suchen suchen was war ein schönes an treckern haben wir fänden wir eigentlich nicht steuer 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 ich bin steuer hat ist das hier warum steht da das und da steht diese da steht das aber 13 also die nehmen sprung dann nehme ich die hier und den steuer natürlich oder ausführung ist das aber jetzt jetzt aber glaube ich 288 schweres ab 203 13 ps meine ich so was haben wir hier auch reifen weil ich würde sagen die last mal so schick aus oder gibt es da noch was anderes doppel reifen wird und bleiben können wir auch mal doch schick alles doch wenigstens reifen zu gut vorne da haben wir uns doch die nehmung gekauft und aber uns war jetzt von steuer geiler geiler holen uns im gruppe gruppe so guck mal er geht bis 400 meter was das auch noch zu groß den hier nehmen die nehmen ja 250 spiel ist sonst hängen wir ja rum hier kommen wir jetzt genau verkehrszeichen kennzeichen die kaufmarsch so dann holen wir uns mal die ganzen maschinen noch eins hoch ach nee wir haben ja ich habe es gerade gesehen aber wir haben noch gar nicht so viel gekauft wenn man die gott ein bisschen kleiner machen monster steuer warum ist man jetzt auf feld was vorfältig ich habe es vergessen genau das fällt müssen ja hier werden hochbauen haben wir ja auch gekauft also wir können es richtig ausdoben genau fällt 37 müssen wir also wir können es hier richtig schön ausdoben geld spielt keine rolle ach das gehört uns ja auch noch was haben wir denn hier schönes moment weizen ja genau das brauchen wir dann renne ich mal zu dem feld wäre ich lauf mal schnell zu den feldern also 40 haben wir noch und 38 haben wir noch nach und reich so das gehört und so ist das gras wow während das gras nein soja bunt ja gut so und fällt 38 ist was haben wir da drauf das brauchen wir auf jeden fall weil obwohl moment wir müssen ja ich glaube noch kurz weiter ja krass brauchen wir trotzdem so ein blumen okay ja blumen haben wir gut wir brauchen also die auch auf jeden fall machen rinder auf der 3 hallo der baumodus der baum und worden jetzt der baum und ach wie du mir steigen so bauen und zwar bitte tiere so da haben wir ja schöne so müssen wir anklicken für eine kühl so sind auf kühl und gehen wirklich mit dann kaufen weil der hat eine mischfutter roboter brauchen muss die ganzen zutaten reinpacken und die können wir vor allen dingen schon vorher reinpacken das ist cool ja die baum jetzt noch nicht so gut jetzt auf feld 37 weil das brauchen wir nicht definitiv nicht weizen okay ach weizen das andere reif gut dann mal schnell den trek auf zu 37 und dann müssen wir uns mal mehr draschen besuchen dann müssen wir nämlich auch bald einen kuhstall bauen weil naja wir müssen dann können wir schon was zeug rein form von den weizen weizen nein das wollte ich jetzt das wollte ich jetzt machen silage müssen wir ja dann auch glaube ich machen dann gleich gras machen aber das sehen wir dann wenn wir das kaufen ist denn nur feld 37 was ist dann nur mit mir los moment moment ich muss jetzt mal gucken das ist das das ist feld 37 die höchste braucht man nicht doch schon richtig das braucht mich genau doch jetzt go wie ist unsere begleitung mit nicht da mit gut werden es amt und können auch naja gut so 8 meter schocken wir kaufen eine metra schocken so brauchen wir schon mit rasch aber was am größten haben er hat 790 auch ein ob ich ja liebe das sind die urte nehmen fänden natürlich oder leistung haben wir jetzt 600 190 reifenhersteller oder sieht etwas schöner aus ja nicht wirklich brauchen wir nicht ein kate sein dessen korte sein ja gut nehmen wir den feld und brauchen die werk weitwerk oder mähwerk so beschneiden die weise ja mehr wer gibt es und schneide ich ja die mo wovon fendt wäre nicht schlecht zu ins von fänden fendt ich habe doch mal konnte vorstellt haben wir das schon mal würde ich sagen wir springen mit am rhein ojo ja ja und mich an die acht genau nicht richtig aber jetzt jetzt klappt es oder ja sag ich doch zum glück haben wir hier noch nicht gebaut da kann man einfach sofort ohne anhänger und alles und müsste das hier gewesen sein ist wie ein original bei ls 19 war es halt eben so da war es einfach nur gelb jetzt hast du so ein paar pflanzen drin finde ich nicht schlecht klappen so f1 strohaplare schaufglocken habe ich gemacht strohaplare ach da steht ankein halten wir brauchen die müsste jetzt eigentlich funktionieren jo funktioniert einmal frei so da können wir uns eigentlich auch ein trecker und noch noch ein trecker also ein ähnchen wird man jetzt noch holen das hat eigentlich reichen nur den trecker holen uns aber auch ein steuer würde ich sagen oder wir holen es entfällt er hat 400 noch was so haben die noch empfängt ja der hat 415 euro noch empfängt weil dann bleiben wir beim fänden ja gut der hat 500 noch was ja da holen wir so großen wieso bleiben wir beim fänden motorball ist doch hier mutterausführung sind wir jetzt bei 30 und man ist den hier rück woch anhänger erste mal alle rückgott die bewahren alle ach hier so immer und der lade machen brauchen wir auch noch mal hier noch hier hinten in hier die wbs auch der steht nicht da ist ein monster anhänger aber da steht steht nicht da was der brauche am bs ja dann nehmen wir den hier die nehmann kostet nur 50.000 reifenwahl juli das brauchen wir nicht den kaufmann und da brauchen wir noch lade wachen lade wachen einen ist das jetzt das jr über lade wachen oder gibt es leider machen oder ein missstreuung die ecke ja leider wollen ja mal lieber die gut ich glaube mit den anderen kann man dann den komischen dieser umstanden kann man auch noch der braucht 250 ps da kann ich doch stroh ja da kann man den doch nehmen haben wir nie verkaufen ok zurück er macht schon der helfer macht schon wurde der hälfte lässt sich aber doch was stehen so da würde ich sagen wollen wir uns auch mal lade waren lade waren bevor der erfolge ist aber schön ein bisschen gesammelt da könnte man eigentlich die folge ist ja schon wieder ja wir machen zuerst mal 30 minuten folgen dass sie auch mal vielleicht so ja dass wir anfang finden sammelt ja eigentlich automatisch das wie sich noch nicht bei ls 22 geht es auch automatisch die ach der kann ich nicht nutzen ja gut dann verkaufen und dem kann ich nicht nutzen wird davon und zurück nach menschen der kann ich nicht benutzen gehe gut dann verkaufen dem wird doch ich habe keine ahnung wo dahin gehen hier um den schlüssel das war aber hier was wenn objekte ach hier oder ist der hier wir haben ja noch andere maschinen aber ich habe die nicht gefunden diese ach hier gut den lade waren weg dann kaufen wir einen neuen das war gar nicht so weit nach hinten nehmert den jo und der andere nicht funktioniert habe ich bekomme ich auch wenn ich mir was ändern da kommen wir schon aber ja gut eine laterne nicht erwischen die laterne warum nicht ich bin bloß noch nicht wo ich das sind baue ich glaube hier werde ich meinen ersten stahl hinsetzen was so kommt dann ist auch bald voll naja gut hier können wir ja dann holen so let's go gut groß bedeutet nicht dass alles funktioniert das funktioniert mit der anderen nichts wo auch stroh sammeln aber euch wie ja habt ihr jetzt funktioniert und dann muss ja lasst uns erstmal dem voll machen hier dann holen wir eine anhängung weizen brauchen wir auch noch also geht immer alles gut dann können wir das wochen und naja gut wir machen das jetzt soweit voll mal sehen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020